Abstimmung über jeden Ausschussantrag getrennt. Zuerst über Tagesordnungspunkt 17, Antrag des Finanzausschusses, dem Abschluss des Staatsvertrages, Abkommen zwischen der Republik Österreich und Jersey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen in 1500er Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz, die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt zu? Das ist einstimmig angenommen. Abstimmung über Tagesordnungspunkt 18, Antrag des Finanzausschusses, dem Abschluss des Staatsvertrages, Abkommen zwischen der Republik Österreich und Görensee zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen in 1501 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 BVG, die Genehmigung zu erteilen. Zustimmung von wem? Von allen, also einstimmig angenommen. Abstimmung über Tagesordnungspunkt 19, Antrag des Finanzausschusses, dem Abschluss des Staatsvertrages, Abkommen zwischen der Republik Österreich und Isle of Man zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen in 1502 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 BVG, die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt zu? Wiederum einstimmig angenommen.